Sören Halfaar ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Karriere Seine Karriere begann der Linksverteidiger bei der DJKT US Marathon Hannover und dem TSV Havelze, bevor er zur Jugend von Hannover 96 wechselte. Von den A-Junioren ging es 2004 für ihn zur Amateurmannschaft des Bundesligisten. Schon kurz danach wurde er ins Trainingslager der Profimannschaft mitgenommen. Durch solide Leistungen erspielte er sich seinen Platz im Kader. Als der gesetzte Linksverteidiger, Kollege und Mentor Michael Tarnath verletzungsbedingt länger aussetzen musste, wurde der Platz in der ersten Elf für Halfaar frei. Diese sieben Spiele meisterte er solide und recht abgeklärt, wobei seine Antrittsschnelligkeit und Ballgewandtheit auffielen. Nach der Genesung Tarnaths rückte der Youngster wieder ins zweite Glied. Als Jugendspieler kam Halfaar zu besonderen Ehren. 2005 wurde er als U-18-Spieler mit der Fritz-Walter-Medaille in Silber ausgezeichnet. Am 29. August 2007 gab Hannover 96 bekannt, dass Halfa bis zum Saisonende an den SC Paderborn 07 in die 2. Fußball-Bundesliga ausgeliehen wird. Zur Saison 2008-09 löste er seinen Vertrag bei Hannover 96 auf und blieb bei den in die 3. Liga abgestiegenen Paderbornern. Nach dem Ende der Saison 2009-Zehntel wurde sein Vertrag bei Paderborn nicht mehr verlängert. Anfang Juni 2010 wurde bekannt, dass Halfaar in Liga 3 zu Wacker Burghausen wechselt. Er erhielt in Burghausen einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2010-2011. Im Sommer 2011 wechselte Halfaar zum SV Sandhausen und unterschrieb dort einen Zwei-Jahres-Vertrag. Bis zur Winterpause war der Niedersachse als Linksverteidiger Stammspieler, dann musste er sich einer Leistenoperation unterziehen, die ihn den Rest der Saison kostete. Auch ohne seine Mithilfe gelang dem Verein die Drittligameisterschaft und damit der Aufstieg in die 2. Bundesliga. Dort kam Halfaar nur zu sieben Einsätzen, woraufhin er wegen einer Verletzung im Sommer 2013 seine Karriere beendete. Am 28. Juli 2015 wurde Sören Halfaar-Co-Trainer bei seinem Jugendverein TSV Havelze, der in der Regionalliga Nord spielt. Erfolge